Hallo und willkommen zu einer weiteren Episode von Minecraft FUWU. Und der Tatsache, dass man, wenn man als YouTuber sagt, ich habe da mal was vorbereitet, man erwartet, dass gleich die ganze Behausung fertig ist. Beziehungsweise wird es meistens so präsentiert. Und da schaut man, was wir hier haben. Einen fertigen Keller. Zumindest bautechnisch fertig. Hier bei meinem Lagerbau sind bis jetzt jedenfalls nur zwei von diesen Reihen geschlossen. Aber das macht ja nichts. Ich habe ja soweit vor, dass ich, sagen wir mal, fünf Reihen hier einbauen werde. Pi mal Daumen. Na doch, fünf Reihen dürften reichen. Aber so viel Holz hatte ich gerade nicht zur Verfügung. Beziehungsweise ich hatte keine Lust, so viel abzubauen. Und ja. Ich habe hier auf jeden Fall ein paar Arbeitsstationen gestellt, die jeweils bestehen aus acht Öfen und zwei Handwerkskammern. Und übrigens, es ist mir schon klar, ich habe mal wieder hier das Texture-Pack gewechselt. Weil mein anderes hier auf einmal meinen musste, dass die Eichentüren, die ich eingebaut habe, unbedingt durch Missing Texture ersetzt werden mussten. Keine Ahnung, wo das herkommt. Auf jeden Fall habe ich jetzt wieder durch dieses Cartoon-artige Storybook, oder wie das heißt, gewechselt. Und ich finde, dieser Comic-Cartoon-Stir steht im Projekt ja auch. Und ja, mein Verteilungsautomat funktioniert, weil ich es da hinten jedenfalls durch einen weiteren Controller-Slave ersetzt habe. Weil es muss ja alles hier alles in einem geschlossen werden, sonst würde es irgendwo x-beliebig was absitzen. Und wie man hier sehen kann, habe ich es geschafft, vier von diesen Füllstandsanzeigen zu basteln. Und ja, da müsste ich auch ein paar Steinchen rausnehmen. Und übrigens, ich wollte euch erst einmal... Das ist Paul, der Endemann. Wollte ich euch mal zeigen, was ich soweit gebaut habe. Aber, bevor ich das tue, werde ich euch mal zeigen, was ich in meinem Bruchsteingebiet abgebaut habe. Also, mh... Was ich in der Diamantenmine abgebaut habe, wollte ich sagen. Irgendwie sieht doch immer wieder fremd aus, wenn man ein neues Texture-Pack hat und der Diamine ist. Also, schaut mal, ich habe hier das gesamte linke Gebiet abgeschlossen und bereits rechts angefangen. Und erstaunlich, während links, glaube ich, vielleicht vier kleine Lavaseen waren, sind rechts gleich im ersten... In den ersten Gängen gleich fünf riesen Lavaseen und zwei große Höhlen. Und ja, ich glaube, ich habe insgesamt... Wenn man alles zuzählt, so um die 40 Dias gefunden. Und ja, ich werde jedenfalls dieses Gebiet rechts noch weiter erforschen, je nachdem, wie viel Diamanten ich kriege. Und daraus habe ich einen Großteil für die Bruchsteine für mein Haus gewonnen. Und wieder ab nach Haus. Ich habe hier übrigens auch auf die Leiter gesetzt. Ich weiß nicht, ob das beim letzten Mal schon so war, weil diese sogenannte rostige Leiter, die Eisenleiter, auch durch Missing Textures ersetzt wurde. Beziehungsweise gar nicht gezeigt wurde. Und die Sonne hier sieht auch schon besser aus. Und tadaa! Schaut mal, ich habe ein paar Winde. Und ich habe den Fußboden ersetzt und alles durch Glowstones. Hat ewig gedauert, das zu machen. Und auch hier dieses glühende Gläser. Ich habe mir überlegt, wie kann man das machen, dass man nicht überall diese komischen Glow... Diese Fackeln hier einbauen muss. Habe ich hier einfach Glowstone in die Mitte eingepflanzt und hier. Es sieht zwar nicht unbedingt am besten aus, aber... Das sorgt jedenfalls dafür, dass von außen und innen auch schön beleuchtet ist. Und dann muss ich nicht außen noch Glowstones anbringen. Beziehungsweise Fackeln, was noch schlimmer ist. Und ja, da habe ich in etwa die Raumhöhe. Ich glaube, von außen gibt es noch eine Reihe drauf. Aber hier... Na doch, und dann kommt dann hier die Decke. Bin schon mal gespannt, wie sich das Haus in diesem Grafikstil machen wird. Und ja, viel Platz. Ich habe ja im Gegensatz zu meinem anderen Haus... Wo der Gang hier am Ende lang läuft, habe ich es beschlossen, hier in der Mitte. Dann habe ich zwar nur... Acht Räume. Aber ich denke mal, das müsste genug Platz sein. Zumal ich keine Ahnung habe, wie ich das einstellen soll. Hm. Ich... Ich habe ja einige Möglichkeiten. Vielleicht mache ich meinen Dachboden zu einem Monsterkeller. Äh... Weil es gibt ja extra Utilities. Damit kann man... Na, wo war das? Ich suche nach einer gewissen Erde. Grobe Erde? Nein. Es gibt hier jedenfalls eine gewisse Curse-Erde, oder wie das heißt. Oder verwunschene Erde, die jedenfalls aggressiv Monster spawnt. Wenn ich da jedenfalls oben meinen Dachboden einbaue. Und jedenfalls damit einen entsprechenden... Obwohl, nee. Damit werde ich mir nicht meinen Dachboden verpesten. Vielleicht werde ich irgendwo eine Monsterform bauen. Und dann jedenfalls entsprechende... Spikes. Hier. Das meine ich. Die werde ich dann einbauen. Und... Erstaunlich. Und was machen die? Jedenfalls... Das werde ich mal sehen, wie ich das nutzen kann. Aber wie soll man die Experience denn hier bitteschön einlagern? Naja, ist ja auch egal. Da könnte ich doch... Uiuiui, ist ja ganz schön teuer. Drei Diamantschwerter. Drei Diamanten und ein Diamantblock. Das wären 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Für vier von den Dingern. Eieiei. Muss ich mal sehen, ob sich das lohnt. Und ja. Wird Zeit, sich mal langsam um die entsprechenden... Notz zu kümmern. Es heißt ja FUWU. Also ist Harvestcraft ja eigentlich das Herz der gesamten Sache. Und ja, weil ich zu... Weil ich zu faul bin, großartig weit zu laufen, werde ich die Sache mit meinen unterirdischen Kellernanlagen wahrscheinlich doch durchziehen. Dazu würde ich dann hier unten... Würde ich hier unten ein Loch bauen und dann in demselben Ausmaß hier jeweils meine Früchte haben. Hm. Ich weiß ja nicht, wie viel Bedarf ich habe. Aber ich denke mal, wenn ich jeweils hier so abschließe und alles hiervon mit einer Sorte bepflanze, dass ich dann genug Zeug haben werde. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5 Sorten. Dürfte dann reichen. Für meine Großproduktion würden dann jeweils 5 Sorten pro Keller reichen und... Hm. Mal sehen, wie viel ich da reinhaue. Ich kann ja unterirdisch auch noch expandieren. Man muss es ja nicht sehen. Oberirdisch wird man mein Haus nur soweit erkennen. Und... Ja, schauen wir uns das noch ganz normal von außen an. Zack. Na also, ich finde, das hat was. Es wird sehr edel aussehen, wenn es erst einmal fertig ist. Ja, wenn. Aber bis dahin ist noch ein Weilchen. Und ich denke mal, ich werde da, da und da oben noch irgendwo Glowstones einfügen. Wegen der Ästhetik. Und ja, so kann man mit ein paar Steinchen auf jeden Fall hübsch was beitragen. Und hier noch mein Feld. Und ich habe mal wieder eine Kleinigkeit vergessen. Typisch. Und ja, wo war das? War das das? Hm, wie kann man nochmal Pommes machen? Da ist es. Ah, Salz. Na gut. Gummere ich mich später drum. Und was willst du hier? Egal. Ich finde es toll, dass man das hier mit Rechtsklick abernten kann. Hier sind meine Wölfe. Beziehungsweise Hunde. Und ja, mischt wie ab wieder ins Haus, bevor es wieder dunkel wird und mich Monster nerven. Zack. Zack. Und ja, damit habe ich im Grunde genommen durch viele Blabla gezeigt, was ich eigentlich jetzt noch bewerkstelligen wollte. Ich hoffe mal, dass ich bis zur nächsten oder übernächsten Folge auf jeden Fall mit dem... Na. Dass ich hier mit den ganzen Wänden jedenfalls soweit fertig bin. Finde noch dann die Außenbögen. Die Glowstones. Und die Innereinrichtungen... Die stelle ich dann hinten an. Ich möchte jedenfalls hier die Türen so machen, dass wenn ich hier eine Druckplatte habe, die soll dann auf- und zugehen. Und ja, vielleicht werde ich dann irgendwie noch Gemälde craften, was da noch passt. Muss ja alles entsprechend gemacht werden. Und vielleicht werde ich mir auch noch eine Innereinrichtungsmod holen. Weil extra Utilities ist ja eigentlich nicht für Innereinrichtungen gedacht. Hm. Eigentlich habe ich überhaupt nichts für Innereinrichtungen. Mal schauen, ob ich es noch soweit bieten kann. Ich kann dir noch ein paar Mutts hinzufügen. So lange, bis das System die Füße davon streckt und schreit. Aber wie auch immer. Damit habe ich jetzt schon wieder genug Zeit verlabert. Und ja, jetzt wird es Zeit, euch zu verabschieden, so wie es sich gehört. Na dann, das soll es an dieser Stelle erst einmal gewesen sein. Hat dir das Video gefallen, würde ich mich über ein Like freuen. Bei Vorschlägen, Tipps, Ideen, sowie konstruktiver Kritik steht dir die Kommentarsektion offen. Außerdem würde ich mich über ein Abo freuen. Bei aktivierter Glocke verpasst du keins meiner Videos. Und nun, bis dahin und auf Wiedersehen. Bis dahin und bis dahin und bis dahin und bis dahin.